Guten Abend miteinander. Heute möchte ich euch eine Gemüsefrucht vorstellen, die man zwar das ganze Jahr kaufen kann, die aber jetzt eine Hochsaison hat. Es geht um die Tomaten, die ursprünglich aus den Anden kommt und von spanischen Eroberern nach Europa gebracht worden ist. Lange hat man diese Tomaten mit diesen schönen roten Früchten als Zierpflanzen angeschaut. Man hat gemeint, sie seien giftig. In der Schweiz werden Tomaten im grösseren Rahmen erst seit rund 70 Jahren angeboten und sie haben, gemessen am Pro-Kopf-Verbrauch, den Spitzenplatz erreicht. Hauptsächlich aus den sonnigen Gemüsegärten vom Tessin, dem Wallis und von Genf kommen die Tomaten, die dir das Wochenende bei GOB für nur 2.80 Franken das Kilo bekommen. Diese vollfleischigen, geschmacklich hervorragenden Schweizer Tomaten eignen sich nicht nur zum Füllen, Dämpfen oder Grimieren, sondern z.B. auch zusammen mit Sibbeln, Gurken, schwarzen Oliven und Schafkäse als griechischen Salat. Profitieren also morgen, übermorgen und am Samstag von diesem günstigen Tomatenangebot. Bis am nächsten Dienstag gibt's bei GOB GOB Bohnencafé Jubilar 500 Gramm statt 7.10 Uhr nur 6.10 Uhr und Vakuumverpackt 500 Gramm statt 7.40 Uhr nur 6.40 Uhr. Das ist drei Vollwäschmittel, 5 Kilo und ein halbes Kilo gratis, statt 1890 nur 15.40 Uhr. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 1 Liter GOB Himbeerisirup statt 320 nur 2.70 Uhr. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!